Ich habe jetzt einfach mal gedacht, gebe dem Porsche doch einfach mal andere Reifen. Ist aber nicht so mein Anspruch gewesen, sondern Kasten, Ausbeulen und so, ihr wisst es. Das weitere hat diesen Patienten mir ausgesucht, beziehungsweise er wird zum Patienten gemacht und versuche den auszubeulen, White Body Kit mäßig irgendwas zu machen. Mal gucken, ob ich mich besser anstelle als bei dem Trabant. Auf jeden Fall fangen wir hier gleich mal kurz an. Oh, der hat drei Schrauben. Das ist ja auch krass. Vielleicht auch so noch nicht kennengelernt. Das ist schon mal gut. Was hier komisch ist, ist diese Scheibe. Also, jetzt müssen wir den mal genauer gucken. Des Weiteren kann man bei diesen Modellen nicht unbedingt, sagen wir mal, diesen Rückzugmotor mit reinbenutzen, bebauen, reinbauen, benutzen, wie auch immer man sagt. Und zwar habe ich das eben hier, war das sehr schwer, weil das passte da gar nicht rein mit den Rädern. Das ist ein bisschen das Problem bei diesen, naja, wollen wir die Marke zeigen oder nennen? Hm, welli. Ja, und deswegen, das passt alles nicht ganz. Die Räder sind auch manchmal verschieden groß. Können wir hier gleich mal kurz, da sieht man glaube ich ganz gut, was da eben drin ist. Rückzugmotor. So, und das steckt hier auch drinne. Also man muss es echt rausziehen, fast zerstören, sag ich mal. So, hier haben wir, glaube ich, das Glück, dass die eigentlich dieselbe Größe haben. Minimal größer. Ja, soll aber letztendlich dann so aussehen. Oh, nice. Das ist doch nice. Gefällt mir schon besser als diese anderen. Ha! Oder, jetzt wie gesagt, für ihn natürlich die. Ja, hat das ja eine Chance. Und das gehört zu einem Topf. Boah, fett. Moment, Moment mal, wir machen das gleich richtig. Das passt das ja. Schassi, Schassi. Das Schatzi wieder rauf. Schatzi. Oh, das könnte so ja passen. Ey, ihr lieben Freunde, das passt so ja. Ha! Krass! Wow! Ha! Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das gleich so geil aussieht. Das ist natürlich... Oh! Oh, scheiße. Äh, Entschuldigung. Jetzt ist mir das Rad abgefallen. Man sieht hier natürlich irgendwas... So wäre das natürlich ganz geil, ne? So ein bisschen tiefer gelegt. Ja, das dazu... Ich werde mich dann wieder melden. Irgendwie, so wie bei dem anderen Video. Ihr seht, das war jetzt nur kurz mal rangehalten. Ja, das ist natürlich ein schöner Vorführeffekt hier. Stell da an. Nur mal stell da an, aber stell da richtig an. Also ich finde, das sieht ja mal gar nicht mal so schlecht aus. Äh, boah. So, das dazu... Muss ich sehen, ob ich die Räder jetzt lasse oder... Mein anderer Plan war ja, diese Räder... Ähm, zu kastimieren. Sprich, äh, eine Farbe den Felgen zu geben. Das macht man so. Man nimmt hier diese Reifen ab. Die kann man nämlich so abpulen. Und dann hat man diese... Die Felge. Dann deckt man das schön ab hier sozusagen, ja, so. Und dann kann man die schön besprühen. Weil in schwarz gefällt mir das hier nicht. So, und das wäre eben die Frage. Für mich. Wobei ich die Reifen richtig geil finde an der Kiste. Wow. Nice, nice, nice. Gut, ich melde mich dann einfach zurück. Wir können ja mal ganz kurz die Kiste hier zusammenbauen. So, versuchen wir mal. Richt. Geht das, ja? Also, hier passt das komischerweise. Wow. So. Momento. Tutti Momento. Uno Momento Tutti. Wow. Kickt mal hier, lieben Freunde. Hat der gleich eine ganz andere Optik. Nice. Nice, nice. Nice, nice, nice. Okay. Gut, ich melde mich dann wieder. Tschö mit dir. Piesen. shout, fahrt ihr hype. równieży. Aber das sind papa. Tastes smackdown. Mhm. Ja. Hm. 爽 hm echt nice